Herzlich willkommen zurück zu State of Mind. Es sind neue Einträge auf unserer Holo-Pin-Wand verfügbar. Die Nervensäge ist auch noch da. Nein. Jetzt gerade nicht. Oder na gut, dann sag mal was. Dann sag mal. Das sollte sie aber nicht zu Selbstmordgedanken verleiten. Was weißt du schon davon? Du lebst doch gar nicht. Sie sind nicht sehr freundlich, Richard. Was? Verletze ich deine Gefühle oder wie? Ich registriere, dass sie wütend sind, Sir. Aber das sollten sie nicht an mir auslassen. Ach so? Warum denn nicht? Hast du nicht gesagt, du gehörst uns? Alles hier gehört mir. Verstehst du? Wenn ich will, kann ich hier Kleinholz machen. Ich kann dich mit einer Axt erschlagen und zahl nicht mal Bußgeld. Was sollte mich davon abhalten? Natürlich, Sir. Aber das wäre nicht sehr menschlich. Oh doch, mein Lieber. Das wäre nur allzu menschlich. So. Eine Nervenzäge haben wir jetzt ruhig gestellt. Dann können wir jetzt einfach auf unsere Holo-Pinnwand gucken und kriegen einen Anruf. Ich bin's. Wollte nur checken, ob du noch lebst. Ich schon. Aber Phil... Ja, ich weiß. Armes Schwein. Aber ist okay. Das ist... okay? Wir sind im Krieg, Richard. Verluste gehören dazu. Was wollten die im Doomsday? Sie sind nervös. Wegen der Bombenkampagne. Hast du schon Kontakt aufgenommen? Zu Newman? Nein. Dann tu es. Jetzt. Ich habe die Datenbank für deinen Cloud-Hub freigeschaltet. Mir ist noch nicht ganz klar, wie... Sag Adam, er soll nach Datenfragmenten in seiner Umgebung Ausschau halten. Wir haben bereits welche für ihn hochgeladen. Verschlüsselt. Nur er kann sie sehen. Hoffe ich jedenfalls. Er soll sie finden und an deinen Cloud-Hub schicken. Du beginnst mit einem Schlagwort. Wenn du ein Fragment findest, lädst du es hoch. Und so macht ihr dann weiter. Bis... Bis ihr wieder eine halbwegs intakte Erinnerung habt, die wir nutzen können. Ich frage mich ja immer noch, was das da für eine virtuelle Welt ist und warum es die überhaupt gibt. Und wenn er mir nicht glaubt? Denk dir was aus. Du kennst ihn besser als er sich selbst. Ich melde mich wieder. Wohl kaum. Aber du hörst von mir. Das ist halt so die Frage. So, was haben wir hier denn Schönes? Jeff Kusowski, Anführer der Hacker-Organisation, will die gesamte VR zerstören. Ich frage mich immer noch, was ist diese VR? Warum? Tracy hat sich für die Mars-Polini-Scannen lassen. Das wissen wir. Wo ist James? Tracy ist nicht mehr in Eltern. Wo ist mein Sohn? Das hatten wir schon. Mann im Apartment. Wer hat Tracy im Apartment besucht? Steve muss mir helfen, Simons Modul auszulesen. Wer bleibt wohl nur im Move-Scannen, um den Mann zu identifizieren? Eine Polizeidatenbank für Bewegungsprofile. Instrument schlimmster technokratischer Überwachung. Steve jagt die Bilder aus Simons Modul für mich durch die Move-Scann-Datenbank. Kurtz. Tracys alter Scan-Fotograf. Hat sie sich mit ihm getroffen? Das hatten wir ja schon. Kurtz Labs. Kurtz Labs lädt Menschen in eine VR hoch. Gegen ihren Willen? Fragezeichen. Dieser Verrückte hat mich hochgeladen. Wann? Wie? Hm. Das ist halt nur irgendwie die Sache. Okay, dann nehmen wir mal Kontakt auf. Memento-Datenbank. Na schön. Datenfragmente. Schlagwörter. Wer soll denn da durchblicken? Hive Call. Newman, Adam. Das muss er sein. Mal sehen, ob dieser Adam-Newman jetzt erreichbar ist. Cloud-Call-Service. Willkommen. Dieser Kontakt ist zurzeit offline. Bitte warten Sie. Cloud-Call wird geschlossen. Hive Call-Service. Dieser Kontakt ist zurzeit offline. Verbindung fehlgeschlagen. Dieser Kontakt ist zurzeit offline. Warten. Hallo? Hallo? Wer sind Sie? Ich bin Richard Nolan. Ich melde mich aus Berlin. Von wo? Was ist das für eine Verbindung? Das ist nicht so leicht zu erklären. Die Verbindung ist improvisiert. Improvisiert heißt illegal, ja? Hören Sie zu, Adam. Es ist wichtig. Ich melde mich, weil ich glaube, dass Ja, dass Sie Dass du Ein Teil von mir bist. Was? Lass mich erklären. Nein, Sie erklären mir gar nichts. Bitte, Adam. Ist ja schick. Hey. Hi, Lydia. Na? Was gibt's denn? Nichts. Gar nichts. Ich wollte nur mal deine Stimme hören. Okay. Jetzt hast du sie gehört. Ich störe ich oder wie? Ist Tracy da? Nein. Tracy ist nicht da. Aber ich störe dich trotzdem. Wir bleiben mal am Ball. Ich möchte mal wissen, wie das weitergeht. Jetzt fang nicht wieder so an, okay? Was glaubst du eigentlich, wie lange ich das noch mitmache, Richard? Lydia, hör zu. Ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Wir reden später, ja? Du wolltest schon vor Monaten mit Tracy reden. Ich muss jetzt Schluss machen, Lydia. Plot Call wird geschlossen. Was mache ich bloß? Tja, was machen wir bloß? Ich muss sofort nochmal mit Adam sprechen. Nochmal mit Adam sprechen. Können wir ihn jetzt eigentlich anrufen oder müssen wir da hinlaufen? Adam... Wir müssen tatsächlich hinlaufen. Wir können ihn nicht anrufen. Bestimmt, weil er arbeitet. Achso, rausging es ja... Hier. Ich denke mal nicht, dass jetzt in der Wohnung so viel Neues zu entdecken ist. Ach, wir wollten Adam anrufen. Ups. Ich dachte, wir wollten unseren Arbeitskollegen... Äh, Adam. Ich bin's nochmal. Das sehe ich. Ich sperre jetzt diese Frequenz. Adam, nicht auflegen. Bei dir müssen irgendwelche Daten angekommen sein. Daten? Daten, Fragmente, virtuelle Konstrukte. Ich weiß, dass es... Moment. Dieses Ding in meiner Wohnung... Das gehört Ihnen? Dieses... Keine Ahnung... Hologramm? Das muss es sein. Sorgen Sie dafür, dass es aus dem Zimmer meiner Frau verschwindet. Schick es mir. Wie soll das gehen? Es sind Daten. Schick sie an meine Cloud-Adresse. Ich entschlüssele sie und sende sie dir zurück. Was? Nein. Wozu denn? Damit du sie dir anschauen kannst. Ihre Daten? Ich kenn sie doch gar nicht. Doch, tust du, Adam. Du kennst mich besser als... Okay. Hier liegt irgendein Missverständnis vor. Ich schicke Ihnen jetzt Ihr Zeug zurück, Sir. Und das war's. Guten Tag. Immerhin ein Anfang. Unheimlicher Typ. Na gut. Sehen wir zu, dass dieses Ding aus Amys Zimmer verschwindet. Du hast zwei neue Nachrichten. Einmal von Richard. Adam, melde dich bitte bei mir. Ich muss mit dir reden. Dringend. Und Tente Joan. Adam, wie geht es dir? Am Sonntag kommt Uncle Jeremy aus dem Kryoschlaf. Wir sind alle bei den Wilsons. Kommst du auch? Familie ist wichtig, Adam. Okay, ich höre schon auf. Bis dann. Wir drücken dich. Also neue Leute kommen dann aus dem Kryoschlaf. Können wir Richard nochmal anrufen? Das würde mich jetzt interessieren. Nein. Nein, ich rufe da nicht zurück. Okay, da ist er stur. Logischerweise. Wer passt nicht? Was zur Hölle mache ich hier? Die Frage ist ja auch... Und jetzt? Senden? Von wo? Von meinem Cloud Hub? Die Frage ist ja, weiß er, dass er nicht real ist? Wahrscheinlich nicht. Zumindest macht er mir bis jetzt nicht den Eindruck, sondern ein ganz normales Leben. Habe ich ja auch nicht so richtig durchschaut. Schick sie mir. Naja, mal sehen. Warnung. Die Versionsnummer für dieses Objekt ist veraltet. Scan abgeschlossen. Objekt-ID erkannt. Oh. Objekt erfolgreich gesendet. Sehr schön. Cloud Hub-Meldung. Unbekannt hat neue Daten geschickt. Adam. Na, endlich. Lass mal sehen. Die Daten sind 18 Jahre alt. Wie weit reicht diese Datenbank zurück? Sektor 36, Berlin. Das Doomsday vielleicht? Okay. Fragment dekodieren. Ach, jetzt sehen wir hier wieder dieses Puzzle. Falscher Raum. Das ist jetzt die Frage, welches wir da brauchen. Das ist es noch nicht. Nehmen wir mal diesen Raum hier. Okay. Aber er sagt ja auch immer, ob es denn richtig ist oder nicht. Das heißt, da sind wir dann schon mal auf dem richtigen Weg. Und hier noch das Ding und dann haben wir es. Ich hab's. Das muss ich sofort hochladen. Okay. Unbekannt hat dir neue Daten an deinen Cloud Hub gesendet. Tja, die Neugier siegt wahrscheinlich. Na klar siegt die Neugier. 2030. Berlin Sektor 36, Mittwoch, 13. Februar 2030. Doomsday. Was ist das? Wo? Raus jetzt! Verzieh dich! Armleuchter! Du bist total zugedröhnt. Guck dich mal an! Das hat ein Nachspiel! Na sicher. Geh nach Hause, schlaf dich aus. Das ist unglaublich. Hey, aufmachen! Ich hab was verloren! Macht auf, ihr Idioten! Es ist wichtig! Wichtig? Was ist wichtig? Wer ist das? Hallo? Hören Sie mich? Bestimmt haben die ihn in den Müll geworfen. Offensichtlich nicht. Tumst der Haupteingang. Bisher immer noch hier. An deiner Stelle würde ich wirklich mal abhauen. Das ist keine gute Gegend für eine Frau um diese Zeit. Vor allem nicht in deinem Zustand. Lass mich! Ich suche was! Aber nicht hier! Nicht hier. Ach, jetzt spielen wir Tracy. Okay. Müllcontainer. Müllcontainer. Viel sieht man auch nicht. Ja, Süße. Ganz allein hier. Oh. Hey. Ich hab dich was gefragt. Lass mich in Ruhe. Komm mal her. Lass mich! Das ist dieser Richard. Reden wir erstmal mit dem Fotografen. Was ist denn los, meine Schöne? Nichts. Ich... Ich hab was verloren. Das hab ich gehört. Du schreist hier alles zusammen. Was wichtig ist. Für mich schon. Ist ein Talisman. Sag mal, darf ich ein Foto von dir machen? Du hast ein tolles Gesicht. Total fertig. Aber wunderschön. Keine Angst. Keine Angst. Ich bin Scanfotograf für Kurtz Labs. Hier ist meine Karte. Also, wenn du mal Lust hast. Danke. Aber ich muss jetzt wirklich... Du solltest nach Hause gehen, Süße. Hier wird's ziemlich ungemütlich, wenn der Club schließt. Okay, dann reden wir mal mit Richard. Vielleicht so, wie die beiden sich kennengelernt haben. Chad Ola. Reporter. Entschuldigung. Was gibt's denn? Ich brauche Hilfe. Mhm. Sie haben da drin was verloren. Ich hab's gehört. Ja, ich... Ich glaube, die haben es in den Müll. Da hinten. Und der Alte ist ihnen unheimlich. Verstehe. Sie kennen den Typen? Der läuft hier öfter rum. Sucht nach Schrott. Meistens ist er harmlos. Aha. Meistens. Könnten Sie... Würden Sie... Ein paar Takte mit ihm reden? Na klar. Das wär toll. Kommen Sie. Wir gehen zusammen rüber. Er sieht jünger aus. Ja, ist er auch. 18 Jahre her. Hey. Schluss für heute, okay? Verzieh dich, Mann. Ich hab zu tun. Das Mädchen hier sucht was. Das Mädchen soll auf seinen hübschen Hals aufpassen. Was hier liegt, gehört mir. Ich kann die Cops holen, wenn dir das lieber ist. Meinst du, ich hab Angst vor denen? Wir können's ja mal probieren. Hey. Schon gut, schon gut. Also. Geht auch. Endlich. Ein unheimlicher Typ. Danke für Ihre Unterstützung. Schon okay. Soll ich ihn suchen helfen? Was genau ist es? Mein Talisman. Eine Spieluhr. Was gibt's da zu lachen? Sie tragen eine Spieluhr mit sich rum? Das find ich ja rührend. Hören Sie. Vielen Dank nochmal. Ich komm jetzt zurecht. Hey. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Nein, nein. Alles in Ordnung. Na schön. Kann ich sonst irgendwas? Nein. Ist eine wichtige Spieluhr, was? Ich brauche sie. Aha. Okay. Das ist dann also die Spieluhr. Hä. Untersuchen, untersuchen. Die wir dann ja auch schon mit Adam Newman aus dem Traum nachgefangen haben. Verdammter Mist. Ist sie? Ein Cloud Call? Oh nein. Dad. Was will er denn jetzt schon wieder? Da. Da ist sie ja. Gott sei Dank. Ach. Die kann man aufmachen? Verstehe. Die ist wirklich wichtig. Was geht Sie das an? Sie haben recht. Entschuldigen Sie. Sagen Sie, darf ich Sie vielleicht noch auf einen Drink einladen? Das ist nett. Aber ich muss jetzt einen Cloud Call machen. Nichts für ungut. Na dann rufen wir mal an. Dad. Ah, hier. Mina. Genau. Sie ist ihre Freundin. Hi Dad. Ich bin's. Sorry, dass ich nicht früher angerufen hab. Macht nichts. Ich hab eh nicht mehr viel zu besprechen. Wie geht's Mom? Alles in Ordnung? Wann kommt sie aus dem Krankenhaus? Sie ist vor drei Wochen entlassen worden, Tracy. Oh. Was? Das gibt's doch nicht. Wieso hast du mir nicht... Ich habe dir Bescheid gesagt. Wir haben darüber gesprochen. Haben wir? Wann war denn das? Ich kann nicht... Hör zu Tracy. Du bist völlig am Ende. Dieses Zeug macht dich fertig. Jetzt fang doch nicht wieder damit an. Deine Mutter und ich haben gestern lange gesprochen. Und wir sind uns einig, dass du richtig tief fallen musst. Du kommst erst zur Besinnung, wenn du ganz unten bist. Was soll das denn jetzt? Wir haben beschlossen, dass wir dir nicht mehr helfen werden, Tracy. Was? Wir melden uns nicht mehr und du bitte auch nicht. Du bekommst keine Unterstützung und kein Geld. Dad, das ist nicht dein Ernst. Unterbrich mich nicht. Mach einen Entzug. Such dir einen Job. Übernimm Selbstverantwortung. Und dann, Tracy. Dann kannst du dich wieder melden. Vorher nicht. Hast du verstanden? Seid ihr verrückt geworden? Ihr wollt mich einfach so aus eurem Leben schmeißen? Pass auf dich auf. Dad! Okay. Ausgang. 2033. Trading Central. Hierher sehen, bitte. Großartig. Danke. Und wo bin ich jetzt? Ein paar Fragen, Tracy. Nur ganz kurz. Unsere Leser lieben sie. Na gut. Ein paar Minuten habe ich noch. Wenn nichts Privates keine Politik, weder Privates noch Politik. Und keine Politik. Wie fühlt man sich als neuer Station Avatar von The Voice? Wie war der Scan? Fantastisch. Jetzt kann ich den ganzen Jugendwahn auf meinen Avatar abladen und in Ruhe alt werden. Nicht, dass ich es damit eilig hätte. Nächste Frage, bitte. Tracy, The Voice Boston hier. In unserem User-Feed haben wir ganz oft die Frage, wie halten Sie sich so fit? Was ist Ihr Geheimnis? Hm. Enhancer in den T's? Ich denke, ich habe die Frage beantwortet. Jemand anderes, bitte? Ted Beasley. The Guardian. Miss Dawson. Sie waren letzten Herbst in Moskau. Keine politischen Fragen, bitte. Sie da hinten. Ihre Eltern sollen jeden Kontakt zu Ihnen abgebrochen haben. Warum? Davon höre ich zum ersten Mal. Ich habe erst gestern mit meinen Eltern gesprochen. Alles bestens. Interessant. Ich habe ebenfalls gestern mit Ihrem Vater gesprochen. Der Nächste, bitte. Was antworten Sie Leuten, die behaupten, Sie seien ein Junkie? Mit solchen Leuten rede ich nicht. Noch einmal zu Moskau, Miss Dawson. Ich habe gesagt, nichts politisches. Schluss jetzt. Nehmen Sie Drogen, Tracy. Unsere Zeit ist um. Vielen Dank, meine Herren. Ei, ei, ei. Was geht's? Alles okay, meine Tasche. Ich hole nur noch meine Tasche. Vielleicht hast du sie an der Garderobe gelassen. Beeil dich. Ja, sie hat also auch für Silver Eyes gearbeitet. Hä. Aber was hat das alles mit mir zu tun? Tja. Das ist die Frage, ne? Was ist da draußen heute los? Das ist ja Wahnsinn. Ähm. Ich hoffe, man hört das nicht so stark. Okay, wir sehen jetzt die Garderobe. So voll ist es übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verlust. Na, wo ist die? Da. Hier ist sie nicht. Meine Tasche. Wo ist meine Tasche? Oh je. Da hinten vielleicht? Nein. Auch nicht. Oh oh. Da hinten vielleicht? Wo ist sie hin, verdammt? Hier ist sie nicht. Nein. Hm. Da habe ich das Gefühl, dass wir sie nicht mehr finden werden. Auch nicht. Oder am letzten. Wo ist sie hin, verdammt? So viele Jacken. So viele Taschen. Wenn mir jetzt jemand schaffelt. Sagen Sie, geht's Ihnen gut? Alles in Ordnung. Sie sehen blass aus. Kommen Sie. Setzen Sie sich. Ich muss meine Sachen wiederfinden. Möchten Sie was trinken? Walter, lass gut sein, ja? Dafür bist du zu alt. Ich kümmere mich um die Dame. Entschuldigen Sie. Mein Kollege überschätzt sich manchmal. Ach so. Komm, Walter. Du musst doch noch meine Korrekturen einarbeiten. Na schön. Wir werden noch sehen, wer sich hier überschätzt. Den sind wir los. Das war aber nicht sehr nett. Ach, das ist Walter. Der hält das aus. Aber er hat schon recht. Sie sind blass. Und sie zittern. Kann ich Ihnen helfen? Meine Tasche. Meine Tasche ist weg. Eben war sie noch da. Sie lag da vorne auf dem Tisch. Wie sieht sie denn aus? Eine Tasche eben. Schwarz mit Goldschloss. War was Wertvolles drin? Meine Tasche. Wo ist meine Tasche? Ja, die Tasche suchen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.